Hallo ihr Lieben, in diesem Video geht es nicht um die USA, auch wenn E Pluribus Unum der Wappenspruch im großen Siegel der Vereinigten Staaten ist, wie ich selber überhaupt nochmal nachschauen musste, denn ich denke, dass die Form aus der Vielheit Einheit zu machen, tatsächlich das eigentliche Gütesiegel der antiken Demokratie ist. Also wenn man fragt, was leistet eigentlich die antike Demokratie als Form, als Sozialform, indem sie das Losverfahren nutzt, kann man sagen, es ist eine Form, wie man aus der Vielheit Einheit machen kann, ohne dass die Qualität der Vielheit verloren geht, also ohne eben Gleichmacherei, ohne Gleichschaltung, sodass Diversität erhalten bleibt und trotzdem in dieser Diversität und durch diese Diversität hindurch eine Einigkeit entsteht. Das ist die eigentliche Leistungsstärke der antiken Demokratie, also der Losdemokratie und ganz generell, also diese Frage, wie kann aus der Vielheit Einheit entstehen, ist eine Frage, die in vielfacher Form diskutiert wird, also die also nichts spezifisch jetzt mit der Gründungsakte zufällig der USA zu tun hat. Zum Beispiel, wenn man das lustige Bild hat, dass der alte Thomas Hobbes auf seinem Leviathan hat vorne drauf, also auf das Cover, drückt das genau das aus. Also wir haben da eine komische große Gestalt mit, glaube ich, Schwert und Reichsapfel, die aus ganz vielen kleinen Gestalten besteht. Das ist so das Titelbild des Leviathan. Und also diese Frage, wie kann aus der Vielheit Einheit entstehen, mit der Zusatzfrage aber ohne die Vielheit zu vernichten, das ist letztlich eine technische Frage und darauf hat die Demokratie in ihrer antiken Form eine technische Antwort. Das ist eine technisch lösbare Frage, wie man aus Vielheit Einheit machen kann, ohne dass die Qualität der Vielheit, die Verschiedenheit verloren gehen kann. Und ich würde behaupten wollen, das ist wieder sehr weit aus dem Fenster gelehnt, dass sogar die Demokratie in ihrer antiken Form die einzig stimmige, die einzig wirklich praktische Lösung für dieses Problem ist. Also wenn man, sonst schwankt man immer zwischen zwei Problemen. Entweder man hat also eine Vielheit, die sich letztlich gegen sich selber richtet in einem unendlichen Streit, also Stasis, oder man kriegt Tyrannis, das heißt die Unterdrückung der Vielheit. Und eben dann am Ende sowas wie Gleichschaltung, Gleichmacherei, Ausgrenzung von ganz vielen Menschen und Meinungen und Lebensformen, weil man das sozusagen glaubt, anders Einheit nicht herstellen zu können. Und das ist tatsächlich ein logischer Irrtum. Es ist technisch machbar, es ist logisch machbar, es ist praktisch machbar, Vielheit zu erhalten und trotzdem zur Gemeinsamkeit, zur Einigkeit zu kommen. Und wie das geht, macht uns die antike Demokratie als Losdemokratie vor. Und das brauchen gerade wir, da wir eine noch viel größere Diversität haben, als in der damaligen Zeit überhaupt möglich war, umso mehr. Also immer wieder das Gleiche. Die antike Losdemokratie ist eigentlich eine Form, als Sozialform, für komplexe, differenzierte Gesellschaften. Und wir sind bislang die komplexeste, differenzierte Gesellschaft, die die Menschheit bisher ausgebildet hat, einfach aus einem simplen Grund, weil wir so viele sind. Also die Komplexität und die Differenzierung der Menschheit entsteht aus ihrer Zahl. Es ist sozusagen eine Quantität, die in eine Qualität umschlägt. Wenn du wahnsinnig viele Menschen hast, Menschen sind Kleingruppenwesen, entsteht gesellschaftliche Differenzierung. Und wir brauchen als Antwort auf die Gegebenheit von menschlicher Differenz Demokratie, weil Demokratie uns einen kann, ohne unsere Differenz zu zerstören. Und das ist also wirklich der feuchte Traum vieler Philosophen. Letztlich ist Demokratie die Antwort auf die Frage, die viele Philosophen aufgeworfen haben, aber ohne, dass die Philosophen verstanden haben, dass Demokratie die Antwort ist, weil sie letztlich eigentlich Demokratie nicht in ihrer, würde ich sagen, Reinform oder ursprünglichen Form überhaupt kennengelernt haben oder durchdacht haben. Also letztlich ist gerade das demokratische Losverfahren die Antwort, wie wir e pluribus unum aus der Vielheit Einheit machen können, ohne dass die Vielheit verloren geht, ohne dass wir Differenzen zerstören aus Versehen oder opfern müssen, um Einigkeit herzustellen. Und dazu werde ich jetzt ganz viele komische Artikel verlinken von mir, die das vielleicht nochmal verständlicher oder nachvollziehbarer machen können oder auch nicht. Was weiß ich? Ceterum Censio, Isonomia am Esse Sortiendam. Im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Isonomie, die Politi, die Demokratie gelost werden muss. Als nächstes. Als nächstes.